Das rote Sofa Der Promi-Talk Auf dem Evangelischen Kirchentag in Dresden Mit Nikolaus Schneider Nina Hagen Friedrich Schollemer Katrin Göring-Eckardt Und vielen anderen Am Samstag, den 4. Juni Live Das rote Sofa Ab 13 Uhr Im Zelt der EKD Media Auf der Wiese am Maritimhotel Eine Veranstaltung Des Evangelischen Medienverband In Deutschland Im Zelt der EKD Media In Deutschland